Bekommt man die F10 von Leroy Sonny. Der FC Bayern verpflichtet er jetzt lassen wir offiziell die Manifung von FC Leopold ertrug beim FC Leopold und in der Nationalmannschaft von Segel 3 für Manif 10. Bei der FC Bayern hat sie allerdings schon der Flügel-Präsident schon mit seiner Spieler Leroy Sonny. Das ist natürlich die Frage, gibt Leroy Sonny die Nummer ab? Er wäre tendenziell bereit, ihn nun mal abzugeben und könnte Mani sie übergeben. Es gibt natürlich auch noch die 19, die bei Manchester City trug, die könnte er dann tragen. Ich würde Mani eher mit ihr erziehen, weil ich habe irgendwas von einem FC 40 gesehen. Ich habe damals dazu bekommen, haben wir einen Passenden, aber ich bin jetzt. Ciao. Danke für eure Zufall.